Autofahrer, die sich am Mittwochmorgen auf den Weg zur Arbeit gemacht haben, hatten eine besondere Überraschung auf ihrer Windschutzscheibe. Der Winter hat in Nordhessen und Südniedersachsen vorsichtig angeklopft und eine leichte Schneedecke hinterlassen. Während wie hier in der Kasseler Innenstadt am Rathaus oder Friedrichsplatz eher wenig davon zu sehen war, blieb der Schnee in höheren Lagen wie in Wilhelmshöhe und Süesterfeld-Helleböen länger liegen. Die Winterdienste waren unterwegs und haben Straßen wie auch Bürgersteige schneefrei gehalten. Wetterbedingte Unfälle sind in Kassel bislang keine gemeldet worden. Die Autofahrer haben sich den Wetterbedingungen angepasst. Für weiteren Schnee dürften die Temperaturen in den kommenden Tagen zu hoch sein. Mit glatten Straßen muss in den Morgen- und Abendstunden aber in jedem Fall gerechnet werden.